So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Inuyasha. Das letzte Mal sind wir ja hier stehen geblieben, wir müssen jetzt irgendwie da in das Schloss rein. Ich weiß doch schon wie, da wir ja jetzt diesen Typen bei uns haben. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich vergesse, egal wie oft ich dieses Spiel durchspiele, ich vergesse jedes Mal, was ich überhaupt in dieser Burg letzten Endes machen muss. Also, es wird wahrscheinlich vorkommen, dass ich ein paar Mal darin herumirren werde. Daher wundert euch nicht. So, jetzt müsste ich eigentlich reinkommen. Der und jemand anderes. Ganz ernsthaft, wer nimmt dem Mädchen als seinen persönlichen Bodyguard mit? Das ist die schlechteste Lüge im ganzen Spiel. Jetzt kommen wir auf jeden Fall rein. Ah, aus dem Weg. So. Direkt der erste Dämon wieder. Ja, was ist? Das werden wir ja noch sehen. Das ist gefährlich hier. Wir müssen uns wegschrauben. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt können wir ein paar reale Dämonen machen. Zettel, los geht's. Ähm, einfach drauf, würde ich behaupten. Was Besseres bleibt. Was Besseres bleibt, ist nicht übrig. Aber da der Ehr allein ist, dürfte es eigentlich gar nicht mal so lange dauern. Wenn Nimm-Richter jetzt einmal dran kommen. Wenn Nimm-Richter jetzt einmal dran kommt, ist sowieso alles dabei. So. Ähm, nein. Falsch. So. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der Fan von Kampfspielen. Aber wenn es dieses System hier ist, ist es gar nicht immer so schwer. Aber so wie Killer is Dead, wo du wirklich drauf loshauen musst. Oder Bayonetta. Bayonetta war richtig übel. Ich war in dem Spiel so schlecht. Aber so ist es okay. Level up, level up, level up. Cargumme lernt. Endschutz. Na endlich, darauf habe ich gewartet. Damit die endlich auch ein bisschen nach Kraft gewinnt. Was war das? Wenn sie über die Entrennung haben, kann ich nicht vorstellen, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob alle, die in den Kasteln funktioniert, ist okay. Wie können sie überleben, mit diesen typen Dingen in hier? In der Fall, wir müssen mit Caution gehen. Oh, der sieht aber nicht toll aus. Ich habe es nie geschafft, alle Leute zu finden und ich bin ehrlich gesagt auch viel zu lauffallen, nach denen allen zu suchen. Aber jetzt muss ich sowieso mich erst mal hier wieder komplett umsehen. Ich verliere in diesem Schloss immer so schnell die Orientierung. Äh, äh... Was ist denn das? Hier ist ja gar nichts. Ah! Okay, den, den ich jetzt finde, den helfe ich halt auch. Now it's a human, thank godness. Will you help this person? Yeah! Wollen wir. Thank you for helping me escape. Null problemo. You've currently saved one. There are still 29 left in order to rescue all. Okay. Ah, Mist. Genau darum suche ich nach dem eigentlich normalerweise nicht. Ah, mit den drei müssten wir locker fertig werden. Wir nehmen einfach den, der... Ja, nehmen wir den da. Den anderen machen wir sowieso nicht als erstes fertig. Nein! Scheiße, wenn irgendwelche Viecher mich vergiften. Oh, okay. Ich glaube... Und das müsste reichen. Oder auch nicht. Dann halt jetzt. So stark können die Viecher doch gar nicht sein. Okay. Sag ich doch. Ähm... Als nächstes... Nehmen wir... Kai-sho... Kai-shu-sho... Kai-shu... Ach, keine Ahnung. Wie es ausgesprochen wird. Gut. Darn! Got it! BAM! BAM! Cargomear, mit der können wir jetzt auch endlich mal was anfangen. Ja, sag ich doch. Darauf habe ich gewartet. Nicht unbedingt der stärkste Angriff, aber... Man soll sich ja nicht beschweren. Okay. Oh, flame, burning bright. Turn it to a sword of wrath. I did it! We win! We did it! We win! Bombe! Okay, jetzt... Ich werde jetzt nicht mehr groß nach den Leuten da suchen. Ah, nein! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh! Dieses Spiel hat mich schon früher so aufgeregt. So geil die Story auch ist, und so ewig man an diesem Spiel spielen kann. Es... Diese... Diese blöden Attacken... Ah, da kriege ich... Die Krise! Unglaublich. Ah... Obwohl, die müssten ja jetzt eigentlich ziemlich schnell gehen, sind ja nur zwei St... Ha! You're finished! Yes! Good. Ah, die komischen Samurais, die waren immer ziemlich... Die haben immer ziemlich lange überlebt, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen mochte ich die auch nie. Vor allem sehen die schwul aus. Hm, ja. Wie kann es sein, dass dieser Depp so lange überlebt, Mann? Der lebt ja immer noch. Ah, unglaublich. Also. Aber in Yasha allein wird's nicht reißen. Ähm... Außer... Ne. Ähm... okay. So war das nicht kalkuliert, aber... okay. Fuck. Du Dreckstyp. Verreck jetzt. Verreck. Verreck. Hier geht's. Verreck. 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 Super. Ich finde diese Unterhaltung jedes Mal unsinnig, wenn die kommt. Und die kommt ab und zu mal in dem Spiel. Aber ich sehe einfach keinen Sinn darin. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich... Ich glaube, ganz nach oben. Oh, Speicherpunkt. Oder ganz nach unten. Ganz nach oben. Ganz nach unten. Ganz nach unten. Ganz nach unten. Und dann ganz nach oben. Vielleicht sollte ich mir irgendwann auch mal überlegen, einfach die irrelevanten Kämpfe aus den Videos rauszuschneiden. Das ist so kind of lust. I'm getting out of here